Weiter geht's bei CitySkylines. Dankeschön fürs Einschalten und heute machen wir endlich weiter mit neuen Wohngebieten. Deswegen bewerte den Part und viel Spaß. Lange gewünscht, heute wollte ich es mal versuchen und zwar ich wollte mal ein paar neue große Wohngebiete bauen. Hab mir auch so ein bisschen noch über das Layout Gedanken gemacht, wie wir das Ganze noch weiterführen. Und das Erste, was wir jetzt machen werden, ist hier den Bereich weiter ausbauen. Ich hab schon mal ein paar Straßen gesetzt, da müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen bügeln und noch ein paar Wege setzen. Und dann können wir machen, dass die ersten Leute da einziehen. Vielleicht machen wir das hier auch noch mal ein bisschen gerader und dann eine Straße, weil das gefällt mir noch nicht ganz so gut. Aber das soll so ungefähr das werden, was wir heute vorhaben. So, warte, wir nehmen mal ganz kurz die Street hier. Ja, hier benutzt man endlich mal wieder ein Kurventool, zumindest halb. Und ich weiß, es gibt auch das sogenannte Freikurventool, das ist daneben. Das benutze ich aber super selten. Deswegen da bitte, äh, ist nicht schlimm, wenn ich das mache. Jeder baut anders. Schnell noch mal rechtfertigen hier, ne? So, machen wir so und lass dann die Straße mal vernünftig da drauf auslaufen. Warte, von hier nach da, zack. Und dann geht's da einmal rüber. Warte. Aber erst mal den hier noch. So. Und so. Und dann kann man von hier aus nachher noch weiter in die Richtung gehen. So, das dazu. Dann kann man hier nochmal ganz kurze Straße dran machen. Dann nicht auch wieder in dem Bereich hier. Hat der Ort bereits belegt. So. Vielleicht machen wir auch einfach so, oder? Noch eine Kreuzung. Der Wahnsinn. Das wird hier gleich wieder so voll werden, ne? So, jetzt noch ein paar Wege dran. Und dann müssen wir noch gucken, dass wir die ganzen Wohngebiete einigermaßen, äh, versetzt bekommen, sodass die ein bisschen cooler aussehen, ein bisschen an einer cooleren Position sind. Ähm, hier kann man einen guten Weg durchbauen. Ich will halt nicht zu viel kaputt machen. Und ich glaube, das klappt auch meistens. Das ist ein Weg, da können die hergehen. Da können die... Ah, warte mal. Hier fehlt noch was. So, da können die drauf zugehen. Hier habe ich sogar mal eine Autobahn angeschlossen. Also, wenn die Leute schnell hier hinwollen, geht's auch. Hier sind nur Straßen, äh, Wartungsdinger hier. Straßenmeisterei fährt hier rum, die die Straßen schneller machen. Und das gibt es auch bald bei City Skyline 2. Da lese ich ganz oft auch das Kommentar, dass die Stadt viel zu clean aussieht und alles sieht so geleckt aus. Ob das sich noch ändert oder ob das jetzt so bleibt für immer. Und da kann ich sagen, einfach mal abwarten. Und ich muss dazu sagen, ich finde die Stadt gar nicht so... Klar, wirkt es irgendwo ein bisschen cleaner wahrscheinlich als normal. Aber man muss ja dazu sagen, die meiste Zeit... Ich kann die jetzt mal ganz kurz zeigen. Oh, war hier nicht gerade noch ein Weg dran? Warum ist der Weg denn nicht hier? Warte. So. Die meiste Zeit hat man die Stadt ja eh aus der Position. Und wenn die dann halt ein bisschen cleaner aussieht, finde ich es gar nicht so schlecht. Und vor allen Dingen muss man dazu sagen, es gibt ja wahrscheinlich auch noch einige Modifikationen, wo man, sag ich mal, Straßen kaputt aussehen lassen kann und sowas. Hier sieht auch keine Straßen kaputt aus, als Beispiel. Und das nur noch mal ganz kurz dazu. So, was ist der? Der Überlandbus. Ah ja, die fahren jetzt immer hier hin, ne? Richtig geil. Überlandbus Terminal. Pass auf. Da steigen die aus. Das ist geil. Jetzt stellen die sich in ein Auto. Die sind jetzt gerade vor... Warte. Wollen wir ganz kurz klären. Überlandbus. Die sind jetzt gerade aus einer anderen Stadt zu uns gefahren. Jetzt passt auf. Fährt aus der Stadt raus. Also die fahren hier hin, um wieder rauszufahren. Was ist das denn? Aber kein Wunder, ne? Ungebildetes Kind. Naturtourist. Guck mal. So, sind ja durch sechs Leute eingestiegen. Und wohin fährt er? Fährt aus der Stadt. Ungebildeter Senior. Da hat er wohl was verpasst du. So, okay. Warte mal. Dann machen wir jetzt nicht mal weiter. Hier fehlt noch irgendwie ein Weg. Ne, aber ganz im Ernst, ne? Was wollen die denn hier, wenn die eh wieder raus waren? Ein, zwei, drei, vier. So. Und so. Na, kann man glaube ich so lassen. Sind jetzt ein paar Wege drin. Kann man nachher noch mal ein bisschen angleichen. Wir werden jetzt ein paar Gebiete setzen. Im Bereich des Bahnhofs werden wir jetzt erstmal eine Polizeistation setzen. Da ist sie. Und zwar ein großes Polizeihauptquartier. Das ist übrigens von Plazas and Promenades. Steht ja da dran. Da gibt es halt auch das Normale und dieses Alte. Die Polizeiwache. Ich habe irgendwie so einen anderen Modus drin, ne? Oh, warte mal. Hier ist alles grün. Wir haben da. Brauchen wir gar nicht. Das sparen wir uns. Feuerwehr ist auch alles grün. Krankenhaus nicht. Krankenhaus ist der Bereich nicht grün. Aber hier sind nur so ein paar Arztpraxen. Krankenhaus. Dann machen wir hier. Ich überlege gerade. Sollen wir hier dieses 500er machen? Oder dieses 800er. Ich glaube wir nehmen den 500er. Aber guckt euch mal an. Das kostet einfach mal fast das Doppelte. Wir nehmen jetzt das hier. Und das setzen wir an die Hauptstraße. Hier. Warte. Guck mal. Können wir genau hier reinsetzen. Können wir nicht. Aber dahinter können wir direkt einen Verbrenner setzen. Dann haben wir das. Aber warte mal. Wir brauchen ja einen großen Verbrenner, ne? Wo Verbrenner sind auch ziemlich gut abgedeckt. Oh, guck mal. Hospital. Krankenhaus. Sieht sehr alt aus und runtergekommen. Guckt euch das an. Boah, was ich super gerne machen würde. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Spontan. Ich hatte mal nachgeguckt, wie man eigene Gebäude baut bei Cities. Das war gar nicht so clean. Ich weiß gar nicht, ob es dafür irgendwo ein Tutorial gibt. Aber das sind glaube ich noch Sachen, die mich so mega interessieren würden. Oh nein, ich habe meine neue Tastatur dran. Da gibt es kein Position 1 Button. Oh nein. Was mache ich denn jetzt? Ich habe nur Page runter und Page hoch. Aber nicht Position 1. Können wir mal eine Fahrradtour. Voll gut. So. Und jetzt, Achtung. Erstmal hier ein paar Gewerbegebiete hin. Nicht zu große direkt am Bahnhof. Erstmal ein paar kleine. An dieser Straße ein paar größere. Das ist jetzt keine Green Cities oder was anderes. Das ist jetzt hier ganz normal, soviel ich weiß. Und hier habe ich mir überlegt, da könnte man auch Brooklyn and Queens machen. Könnte aber hier trotzdem mal ein Stadtteil setzen. Gucken, wie der gleich heißt. So. Dann hier einmal rüberfahren. Das ist so kacke, ne? Wenn das immer einrastet. So. So, was wir da nachher reinbasteln an, äh, Dingern hier, müssen wir mal schauen, wenn überhaupt. Aber wir können ja nachher eventuell auch noch, ja, Stile würde ich jetzt nicht wählen. Aber wir können zum Beispiel noch ein paar Richtlinien festhalten. Hallo. Cool, dankeschön. Hier. Schreib mal rein, was davon Sinn ergeben würde. Oh, Bindung steigern. Genau, das ist bestimmt geil. Da kommen noch mehr Autos in die Stadt. Cool, freue mich drauf. So, hier vorne kommen ein paar Wohngebiete hin. Aber da muss ich halt gucken, ne? Ich will jetzt nicht alles anmalen. Ne, die Einer-Bereiche will ich nicht unbedingt anmalen. Ja, dann machen wir mal so. Genau, da ist okay. Hier noch so ein Vierer. Da, da ein Sechser. Da ein Vierer. Einer Bereich bleibt frei. Hier den Bereich. Da den vier mal vier. Da zwei mal drei. Drei mal drei. Haben wir hier ein bisschen mehr Abwechslung bei den Häusern, ne? Hier kommen lange Häuser hin mit einem Vorgarten wahrscheinlich dahinter. Obwohl, ne, warte mal. Ist ja gar kein Vorgarten. Vorgarten ist ja vorne, ne? Können wir lassen, den Bereich auch. So. Das sind jetzt natürlich alles wieder kleine Wohnungen. Was auch gewollt ist an der Stelle. Damit das halt so ein bisschen aufgelockerter aussieht. So, jetzt machen wir den noch. Die können dann alle hier vorne hinlaufen. Zum Bahnhof. Können dann in der Stadt fahren, du. Aber hier wollte ich ja eh noch. Hier ist noch eine U-Bahn-Haltestelle drin. Die wollte ich ja eh noch hier irgendwo langfahren lassen. Obwohl hier eigentlich nicht, weil da fährt nie einer mehr mit dem Zug. Dann lassen wir die U-Bahn so gehen und hier irgendwo anfangen. Ich mach mal ganz kurz nen Reminder dahin. Pass auf. Äh, hier. Der U-Bahn-Reminder. Sehr gut. Der geht dann so und so rüber. Kann ich auch mal eben hinbauen. Können wir dann später nochmal ausbauen. Hallo? Hast du den hier noch? Da werden wir gleich Probleme kriegen, weil wir mit den Zuglinien in... Hier. ...den Dings kommen. Aber kein Problem. Ich mach erstmal so. Dann mach ich... So. Und jetzt lassen wir die einfach da durchlaufen. Einen besseren Underground-Modus wünsche ich mir schon die ganze Zeit. Das ist doch irgendwie schade. Aber was soll das? Und verbunden. So. Unterirdisch sieht man's ja eh nicht. Eine Frage war auch, wo kann man denn den Underground-Modus aktivieren? Ganz einfach. Ihr geht auf den... Auf die Planierraupe. Und klickt dann hier diesen Button an. Das ist jetzt zum Entfernen von Untergrundsachen. Wenn ihr eine Straße in der Hand habt, müsst ihr Page hoch und Page runter, also Seite hoch, Seite runter drücken auf eure Tastatur. Dann könnt ihr runtergehen in den Underground-Modus oder halt nach oben als Brücke. Das nochmal ganz kurz dazu. So. Da entstehen die ersten Häuser. Ach, eigentlich wollte ich die Berge noch ein bisschen glatt machen, ne? Hier so. Sieht ja scheiße aus, du. Ja, das sieht besser aus. Hast du super gemacht, ne? Ne? Oh, dachte schon. Manchmal denke ich mir so, oh, stürzt ab und dann doch nicht. So, das sieht natürlich jetzt wieder sehr hart aus, aber ich glaube, es geht. Und jetzt machen wir den. Reduzieren die Pinselstärke und los geht's. Ich möchte nur nicht, dass das wieder an der Straße hängt und dann so eine Kante sich bildet. Ich zeige gleich mal, welche Kante ich meinte. Ich glaube, auf der Seite kommen eh keine Häuser hin. So. Hier diese Kante hier. Das fällt immer so mega auf. Ich meine, hier kann man einfach reinbügeln. Kann man nicht, toll. Oder man macht da eine, ähnlich wie auf der anderen Seite, so eine Kaimauer rein. Ist ja auch gleichzeitig so ein Schutz für, damit kein Geröll runterfällt, ne? Warte. Störung A. Und achte mal bitte links. Das sind die Anarchie-Mods von dem Road-Gedöns hier. Also findet ihr auch in der Videobeschreibung. Das ist hier der Button eigentlich nur. Also ihr könnt ja mal den Knopf drücken oder Störung A. Und damit könnt ihr quasi eine Kaimauer da bauen, wo man die nicht bauen darf. Oder andere Straßen da bauen, wo man die nicht bauen darf. Dürft. Mein Gott. Darft. Und dann machen wir so. Und das war's. Jetzt müsst ihr die allerdings noch ein bisschen runterziehen. Ein bisschen hoch. Markieren mit Shift. Mit Page hoch und runter könnt ihr die hoch und runter setzen. Das sind halt immer Fragen, die sich wie gesagt doppeln. Deswegen erzähle ich das halt immer 500.000 Mal. Und äh, machen wir alles mal auf eine Höhe. Objekthöhe. Sagen wir auf die. Jetzt wurde's einmal gerade gemacht. Sieht zwar nicht ganz gerade aus, ist aber ganz gerade. Und jetzt haben wir natürlich hier noch eine Kante. Die werden wir jetzt mal angleichen. Hier wird's schwierig. Geht aber auch. So. Und ich kann mir vorstellen, also wenn ich irgendwo herfahre, gibt's echt so Wände, ne? Die einfach nur den, den Kram von oben festhalten. Also Berg nennt man das, glaub ich, auch Kram. Und das find ich immer ganz cool. So, warte mal. Jetzt nehmen wir mal ganz kurz hier so ein paar Bäumchen mit. Packen die dann. Ah, das sind ein bisschen viele Bäume. Und. Ja. Sieht einfach voll gleich aus, die beiden Dinger. Okay, warte. Wir müssen noch ein bisschen Variation reinbringen. Wobei das, glaub ich, keiner sieht, ne? So, da kommt keiner hin und sagt, boah, guck mal. Da hast du kopiert, ne? Sieht man den Film auch nicht, ey. Wenn ich mir mancher Filme anguck, wenn da so eine Menschenmenge, wenn er mal ganz genau drauf achtet, so, dann sieht das mancher blöd aus, ey. Oder, das ist auch doof, ne? Anstatt man so den Film oder die Serie genießt. Es gibt da so eine Szene in Mandalorian als Beispiel. Da sind die vor einer Höhle am Strand. Leute kennen die Szene, wenn die die Serie kennen. Und im Hintergrund kämpfen und üben die. So, und wenn er mal auf die Leute achtet, die hinten kämpfen und üben. Ich weiß nicht, was da los war, ne? Aber das sieht total komisch aus. Als ob du so mit niedriger Auflösung da so ein paar Leute hingezaubert hättest. Einfach so ein ruckeliges Bild. Okay, das sieht jetzt hier viel schöner aus. Das ist auch gut, das passt. Hier entsteht schon mal die kleine Stadt. Ein paar Einwohner kommen dazu, noch nicht viele. Und hier würde ich jetzt gerne ein paar höhere Wohnhäuser haben. Ist ja auch die Nachfrage gerade da, ne? So. Ich baue auch absichtlich nicht jetzt hier alles auf einmal grün, damit wir nicht gleichzeitig alle Todesfälle haben. Hier, wo das Krankenhaus ist, kommen noch ein paar Bürogebäude hin. Oh, was ist das denn für eine Kante? So. Hier könnte noch ein großer Park oder so hin. Ich mag ja die neuen Parks, ne? Von Hotels and Retreats. Die sind echt geil. Obwohl, den hat man schon ganz oft. Den auch. Der ist, glaube ich, ganz cool. Das ist ein Park mit Birken. Ja, wunderschön. Und hier kommt nochmal ein kleiner Spielplatz rein. Ein winziger Spielplatz. Oh, wie gemein. Hier, nee. Auch nicht. An der Autobahn wieder. Oh. Wie der Yoga-Garten an der Autobahn. Auch sehr geil gewesen. Winziger Spielplatz Nummer 1. Die haben schon keinen Karusse und Hüpfbogen mehr so viele gehabt, ne? Können wir hier vorne mal einsetzen? Warte mal. Ja, die Hüpfburg. Ja, die muss manchmal einfach rein, ne? Manchmal muss die Hüpfburg einfach rein. So, jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich entferne das Gebiet hier, damit das komplett ausmalbar ist. Jetzt kommt wieder, ne? Aber das ist immer noch verbuggt. Ich muss, glaube ich, immer die andere Seite nehmen. Das ist total doof. So. Ich drücke jetzt das, damit das verschwindet. Achtung. Nee, gar nicht. Andersrum. Ich drücke das, damit das verschwindet. Jetzt geht's richtig. Alter. Ja. Habt ihr gesehen? Jetzt ist hier die Markierung weggegangen. Und jetzt haben wir die komplett ausgebaut. Jetzt hätte ich gerne die noch an der kleinen Straße weg. Hier in dem Fall auf beiden Seiten. Dann haben wir das komplett. Das ist alles gut. Das lassen wir so. Ja, hier hätte man jetzt auch rechts. Kann man das so entfernen und dann sagen, jo, alles klar? Aber dann ist auch das weg, ne? Nee, das wäre blöd. Warte. Ach, zumindest können wir jetzt hier die Gebiete reinmalen. So. Und das noch. Dann könnte man das hier noch entfernen. Dann haben wir hier noch mal ganz gut. Das ist so ein cooles Tool, ne? Ich weiß nicht. Ich muss das so oft einfach loben, weil es einfach so cool ist. Schreibt auch ganz gerne mal rein, ob ihr das nutzt. Oder denkt ihr so, nee, so weit bin ich noch nicht. Ich meine, das ist ja auch immer so eine Sache. Wie weit ist man in dem Game? Wie, ähm, krass baut man die Städte? Das ist ja quasi so eine Art, ja, wie soll ich sagen? So ein, so ein Zyklus, nicht Zyklus. So eine Entwicklung. Also ich hab, ich hab schon mal drüber nachgedacht, ob ich nicht einfach mal mein erstes City Skylander Let's Play von 2015 auf diesen Kanal mal back. Aber das war einfach anders, ne? Da hab ich mir auch Tutorials angeguckt und hab mir dann Play Like Me. Ne, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kanal hieß. Auch superschön, das City Skylander-Videos hat irgendwann aufgehört. Keine Ahnung, warum. Und, ähm, ja, das war total merkwürdig auf jeden Fall, wie ich da gebaut hab. Ey, so Industriegemit mit extra An- und Ablieferungen, 8000 Auffahrten, hat funktioniert, sah aber scheiße aus. So. Guck mal, wie die Gebäude aussehen. Das ist ein ganz komischer Stil hier. Da auch. Warum hab ich denn den voll kacken europäischen Stil denn hier drin? Oh. Boah, lässt man das? Dann passt Brooklyn and Queens dahinter gar nicht mehr so ganz. Ich dachte, die wären das ganz normale Häuser. Willkommen in den 80ern. Was ist das denn jetzt? Okay, schreibt ganz gerne mal rein. Sollen wir die so lassen? Oder sagt ihr, nee, komm, mach bitte andere Häuser? Ich kann mal ganz kurz gucken, was wir noch im Angebot haben. Heart of Korea hat noch einzelne Häuser. Brooklyn and Queens, dann sehen die allerdings so Backstein-mäßig aus. Modern City Center hat keine Wohnhäuser. Ja, Heart of Korea eher, ne? Weil das ist irgendwie komisch. Und da wohnen ja auch nur 23 Haushalte drin. Ah ne, muss ja eh nur, eh nur upgradeet werden. Okay. Okay, wir lassen es weiterlaufen. Aber ich find's trotzdem nicht so ganz cool. So, hier möchte ich aber gerne noch einen riesigen Park haben. Nein, auch nicht. Zu riesig. Das ist ein großer Spielplatz. Warte, können wir hier machen? Unterhaltung 100. Unterhaltung 125. Unterhaltung 150. Fangen wir hier hin. Wobei, wenn wir den hier hin machen, ist das nochmal besser eine Runde. Und wir können ja hier dran jetzt ein paar Wege noch anschließen, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Und da können wir jetzt auch nachher noch die Bäume einfach weiterführen. Aber ganz wildes ganz wildes Team hier gerade. und von dort aus geht es dann weiter mit einem richtigen Weg. Weil dann kann man hier sagen wir mal so ein Waldgebiet noch anfangen lassen. Fack das jetzt hier einmal rüber. Und ja, ja genau. Das könnte ich eventuell nächstes Mal nochmal ansprechen. Ich hab mal so ein paar City Skylines Videos gesehen. Keine Ahnung. Da baut der dann einen Staudaum aus Kacke. Oder da baut der eine Stadt, die nur an einer Straße ist. Das sind immer so Challenges. Das wär quasi ein Video. Und ich hatte überlegt, ob ich das nicht einfach mal in einem Livestream mach. So. Also klar, ich nehm das im Livestream auch, weil das wahrscheinlich eine super lange Aufnahmesession wäre. Und ihr bekommt dann den Zusammenschnitt. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, ihr könnt dann theoretisch dabei sein, wenn ich solche Challenges mache. Ich würde das Ganze dann immer vorher ankündigen und im Community Tab auf dem Kanal hier schreiben, wann ich live gehe. Und dann könnt ihr dabei sein, Tipps geben, whatever. Und dann können wir gucken, ob wir auch sowas machen können oder wie die Städte sich entwickeln. Fände ich mal ganz interessant, ganz cool. Schreibt ganz gerne mal rein, wie ihr das findet. Und ganz wichtiges Ding ist jetzt. Soll dieser Stil in unsere Stadt bleiben oder sagen wir Green Cities, Modern City Center, weil das passt irgendwie. Oder wir machen es zumindest da als stadtmäßig. Es brennt. Da hinten. Ärgerlich. Ist ja auch ein altes Haus, ne? Vielleicht hier hinten so eine Altstadt. Aber dann ohne Brooklyn Queens. Da müsste die Altstadt aber nur größer werden, oder? Könnte man eventuell machen. Schreibt ganz gerne rein. Ansonsten, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss.